Wir verlassen unter allen, die unter diesem Video kommentieren, den finale Tischtennisball vom Gangolue-Göp. Schreibt uns hier unten, wenn ihr es hier gehört habt, und ihr habt die Chance, den Ball des finalen Tables zu gewinnen. Unterschrieben von allen drei. Wir lösen natürlich unsere Versprechen ein. Darum haben wir den finalen Ball vom finalen Tisch in der Aufschütte mitgenommen, ins Büro, und haben den unterschrieben. Jetzt würden wir die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner erküren. Es haben drei Leute unter unser Video kommentiert, und zwar Erya Tarka 1987, Joker 1XD und Andreas Brunner 3846. Die drei Namen haben wir auf die Sädele geschrieben und falten sie jetzt zusammen und in unseren Topf hinein. Dann wird der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin zogen. So, wir haben jetzt alle drei Namen hier drin, die unter das Video kommentiert haben, und werden jetzt blind. 1 Zädele ziehen. Und jetzt schauen, wer das ist. Trommelwirbel. Gewonnen hat den Ball Erya Tarka 1987. Herzliche Gratulation, wir werden mit dir Kontakt aufnehmen über YouTube und schauen, dass dieser Ball den Weg zu dir nach Hause findet. Herzlichen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Wie ein Erstklässler unterschreiben. Du hast echt schön. Mitmachen. Wie bleibt die Sädeleinfrasch. Höre Möden mitimmen! mitmachen. Alles am